Heidi Klum und Tom Kaulitz sind verliebt und das soll auch jeder sehen. Vor allem die 45-Jährige macht vor öffentlichen Liebesbekundungen auf Instagram Nicht-Halt und teilt immer wieder intime Schnappschüsse von sich und mit ihrem Tom. Mit ihrem neuesten Foto setzt die Model-Mama allerdings noch einen drauf, denn bei diesem Selfie müssen wir glatt zweimal hinschauen. Heidi und Tom kuscheln im Jogginganzug gemeinsam auf dem Sofa, doch, Moment mal, hier ist im wahrsten Sinne des Wortes etwas vertauscht worden. Dank einer Foto-App haben Heidi und Tom ihre Gesichter ausgetauscht. Während Tom jetzt die feinen Gesichtszüge seiner Liebsten hat, sieht Heidi aus wie Tom mit langen, blonden Haaren. Bereits nach wenigen Monaten Beziehung verschmelzen die Turteltauben also offenbar zu einer Person. Bei den Fans kommt das Experiment gar nicht gut an, manche finden es gruselig, andere grausam. Ein User hat von der Liebesshow der Deutschen mittlerweile genug. Heidi, das bist nicht du, wenn du verliebt bist. Ich finde es langsam total lächerlich, ist da zu lesen. Humor beweisen Heidi und Tom mit diesem Posting definitiv und bringen viele ihrer Anhänger zum Lachen. Dank dieses Fotos können wir uns schon mal vorstellen, wie gemeinsame Kinder der beiden aussehen könnten. Hübsch wären sie allemal.